ja hoi und moin moin für alle die die abgestürzte drohne suchen ich habe mir jetzt ein bisschen schlau gemacht und verdammt noch mal rum geflucht eigentlich alles bis ich irgendwann mal die drohne gefunden habe wo war denn das jetzt vergessen und ich weiß wo die drohne ist aber hier oben genau auszeichnungen eigenschaften und da haben wir die abgestürzte drohne ja ich bin jetzt gerade hier wir müssen hier hin nur für alle wir stehen vor dem mobquartier und müssen dem waffenteil hier drüben in das in diese gefahrenbereich dazu mir jetzt auch moin zivilist keine ahnung aber ich gebe dir vollkommen recht nee wir werden uns jetzt danke wir werden uns jetzt eine drohne holen ich habe jetzt echt lange gebraucht um raus zu gehen wo diese scheiß drohne ist schuldigung von ausdruck aber in dem fall ist es so die hat mich hier fast jetzt drei stunden lang nerven kostet ja wir rennen natürlich jetzt erstmal hin ach der stirbt gerade krank liegen lassen nicht anfassen der kälte friert einem das hirn ein vielleicht sollten wir noch schütteln oder sehen wir doch schon ich sag mal so wer auf die idee kommt dass da um die drohne ist es ist echt fast unglaublich ich weiße mal gerade auch für euch wir sind jetzt genau dort und so drohne beseitigt und da ist der recorder und das war es auch schon haben wir es geschafft das war es mit mir dem oro und hier bei such die fucking drohne bei the division beta tschüss und Vielen Dank.